Im Hintergrund wird gerendert und wir machen weiter. Äh, ja. Wir können ja nochmal die Türen aufmachen. Feststellen, dass hier nichts war. Äh, hier war was. Hier. Oh. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn die Qualität hier ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Da hat er Geld für den Automaten. Den Stuhl konnte ich nicht nehmen. Und hier ging das weiter mit den Fächern. Und hier unten war der Schlüssel. Ach, guck mal, da war er schon. Und da habe ich gerade so lange rum gemacht. Jaja, gut. Also, ihr wisst schon, was ich meine. War jetzt hier doch mal irgendwie ein Flashlight? Batterien? Ich glaube nicht, ne? Hier waren keine, ne? Ich bin so vergesslich, Freunde. So. Wenn's ruckelt, bitte entschuldigt. Okay. Dieser Schrank war zu. Und hier unten war... Auch nix. Ich weiß gar nicht, warum ich hier überhaupt reingekommen bin. Was ist das überhaupt dringend? Ich mein, drüben war ja noch die Schlüssel. Das war ja auch... Wie sieht dieser Stuhl überhaupt aus? Äh, war ja noch in Ordnung. Allerdings hier ist auch nichts mehr gewesen. Ne, da war zu. Hinten war zugestellt. Und wir gehen mal nach oben. Da tüdelte das. Höh? Wieso ist denn jetzt die Tür hier auf? Muss man... Ach so, warte mal. Auf einer Toilette war ja irgendwie eine Schlüsselkarte. Kann das sein? Oder war das wieder ein anderer? Nein. Ich meine Freunde. So. Hier war zu. Ich mach das mal hier so ganz schnell. Wir lesen das natürlich auch durch. Hier waren Batterien, äh, hier waren Batterien. Hier waren... Nervig. Batterien! Was denn? Batterien! Das ist ja ein bisschen tough. Ah, toll. Toll. Nein! Wie war dieses Gefummel hier? Ich hab das doch gerade schon gehabt. Ich hab das doch gedacht, wir hätten nicht... Da, warten sie schon. Meine... Güte, das ist ja... Fum... Ich hab 5 Packs auf Kamerabatteries now. 5 Packs! Schöp, Freunde. Mehr war hier nicht, ne? Keine Schlüssel oder irgendwas anderes, okay. Ah, aber irgendwo war noch ein Schlüssel, ne? Irgendwo haben wir noch einen Schlüssel gehabt. Oder nicht? Ah, hier nicht. Hier auch nicht. Was war denn hier? Warte mal, jetzt müssen wir mal drauf achten, was er sagt. Das ist nicht gut. Carla und Ahmed haben gerade von der 2 Gorge-Dam. Es ist in wirklich schlechter Form. Jetzt, dass das Wasser nicht durch die Tunnel fließt, wird noch mehr Pressure verwendet auf den Damm als normal. Hör, du sollst zurück nach dem Office kommen. Wir müssen nach dem Boden kommen. Wenn du durch den anderen Pass hinter dem Office gehst, wirst du in der Metro-Station in kein Zeitpunkt. Okay, also es ist der Weg unter diesem Gebäude, wie ich das schon vermutet hatte. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Wie kommen wir da hin? Behind. Hinter diesem. Also dieser Tunnel da, da. Dieser Tunnel. Ich könnte ja auch. Wartet mal. So, ich mach mal hier eben. Den mach ich mal eben. So, und dann brauchen wir nicht wieder neu starten. Oh! Glück gehabt. So. Ich weiß nur nicht, ob wir da auch rauskommen, aber wir werden es sehen. So. 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 Wir müssen dann immer hier so ein bisschen aufpassen, weil da kommen immer so Teile, dass wir da nicht vorbämsen. Und dann ist hier so eine Leiter. die wir natürlich nicht betreten können, aber wir müssen jetzt hier runter. Sehr schön. Okay. Das ist der Tunnel. Äh. Dieser da. Da haben wir auch eine. Da haben wir auch eine. Also Flashlight ganz viel. Äh. Jede Menge. Warum drehe ich jetzt an diesem Rad? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Egal, Karl. Weil wir hier gar nicht durchkommen. Ah. Na toll. Wieso haben wir denn dann... Jetzt mich veräppeln? Wir haben doch alle Schlüssel, oder nicht? Warum kommen wir denn jetzt hier nicht... Hä? Das ist doch der Weg, den er gerade gesagt hat. Behind the Office, oder? Da? Ich habe mich jetzt wieder festgebissen. Wir haben einen Schlüssel. Ach. Ich lache mich gerade schlapp, wenn der da... ...dingen da meint. Lass mal auf hier. Wollen wir mal gucken, ob er... ...das Ding meinte. Das ist ja nicht wahr. So. Jetzt gucken wir mal. Da ist nix. Ne, 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 ne. Das meinte er auch nicht. Ja, Freunde, was meinte er denn jetzt? Der Office. Den Tunnel im Office. Ja, hier ist doch der einzige Weg. Ah! Ach ne, wartet mal. Hier war doch auch nichts. Hier waren doch nur Batterien. Und diese tolle Musik. Außerdem dieses hier. Dieses Ding hier. Dieses... Dieses da. Hm. Das alles irgendwie Schrott ist. Wir haben zwar Batterien, aber wir nutzen ja auch nix. Wir haben jetzt in dem einen Raum den Hahn zu und den Hahn aufmachen können. Das uns auch nichts bringt. Weil hier auch kein... Ach, warte, was ist denn? Ne. Da liegt auch nix. Äh, Freunde, ich hab jetzt mal ebenso gut wie keinen Plan. Es soll hier irgendwo ein Weg sein. Back of the Office in the Tunnel. Hier. Da steht Fluchtweg drauf. Aber hier kommen wir nicht raus. Hier steht ebenfalls Fluchtweg drauf. Wir kommen nicht raus. Man erkläre mir das. Sodass ich's auch verstehen kann. Ich habe keine Ahnung. So. Wir gehen mal wieder auf Suche. Aber nur auf kurze Suche? Oh, ich hoffe das ruckelt hier nicht gleich, wenn wir da mit weiter arbeiten müssen. So. Und zwar... Gehen wir hier raus. Da ist Wasser drin. Da sollen wir wahrscheinlich nicht rein, du. Was ist denn? Wenn wir jetzt hier so... Na toll. Jetzt ist auch die Frage, äh... Ist das jetzt unser Spielstand von gerade? Beziehungsweise... Welcher Spielstand ist das? Egal. Wir wollen jetzt hier raus. Back of the Office. Was? So. Ach guck mal, hier kommt man noch nach oben. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ah. Jene Menge Batterien. Und mal wieder eine weiße Karte. Also die Karten, äh, liegen hier sehr, äh, sehr, 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 sehr viel rum. Hm. Aber mehr geht hier auch nicht. Tja, Back of the Office. Ja, Freunde, aber, äh, entschuldigt mal, was meint er jetzt mit Back of the Office? Im Labor? Nein. Back of the Office. Das ist ja nicht das Wasserwerk. Wir müssen ja... Das kann ja nur da unten sein. Oh, da hinten ist auch was. Ah, guckt mal. Ah, ich will nicht mehr. Freunde, ich will nicht mehr. Ja. Habt ihr es gesehen? Für alle, die es nicht gesehen, für alle, die es nicht gesehen haben, da war was. Da war eine Leiter. Seht ihr hier die Leiter? Da, 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 da. 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 So. Toll, ne? Jetzt krabbeln wir hier unten lang. Und kein Mensch weiß, wo wir hier sind. Und kein Mensch weiß, wo wir hier sind. Ein Kanister. Power Diesel! Wow! Auch wieder so eine Gegend. Aber warum soll die jetzt hier... Nee, komm Freunde. Das wäre jetzt absoluter unsinnig. So, was wäre jetzt hier... Gehen jetzt mal hier so... So ein Ding hoch. Ist das jetzt hier richtig? So könnten wir uns jetzt hier hochziehen. Hä? Warum? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Hä? Ich versuche das hier nochmal. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ich muss hier irgendwie rauf. Richtig? Richtig. Irgendwie muss ich hier rauf. Das macht doch keinen Sinn. Oder? Oder tut... Oder tut das Sinn machen, wenn ich jetzt hier versuche... Vielleicht ist es ja auch nur ein... Nee. Scheißen Dreck! Das geht auf jeden Fall da weiter. Weil... Wenn wir jetzt da runterfallen wollen... Drüber auf der anderen Seite ist ja auf jeden Fall auch nochmal ein Ding. ... Voll doof, ey! Voll doof, ey! Aber wir kommen nicht durch die Tür! Die Tür ist hier für uns tabu. Seht ihr? Wäre ja schön, wenn wir da oben rauf kommen würden. Aber... auch das ist uns versagt. Auch das ist uns versagt. Und hier... genauer gesagt... hier... ist es uns auch versagt. Alles, was uns nicht versagt ist, ist hier. Da runter. So. So. Das ist uns nicht versagt. Aber... Das Problem ist... Wir kommen hier ja nicht weiter. Weil ich sehe hier keine Möglichkeit, wie wir jetzt hier rauf kommen. Seht ihr das? Das Ding bewegt sich ja nicht. Und dementsprechend kommen wir hier nicht rauf. Seltsam, oder? Gucken wir uns hier nochmal alles an. Vielleicht liegt ja noch irgendwo eine Leiter im Gebüsch. Äh... Außer ein Diesel. Jum Jum. Fünf Jahre Garantie. Da oben müssten wir rauf. Da oben. Aber wie sollen wir da rauf? Frag ich mich. Wie? Wir schaffen es nicht. Ich kann ja nochmal hier versuchen. Hier zieht er sich irgendwie hoch. Aber auch nur für den Moment. Und ich glaube es ist auch nur das Ding hier hoch. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Das kann nur... Das kann nur der Weg sein, dass wir uns hier... Mit dem Ding da... Irgendwie... Ja weil... Wie denn? So. 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 Ich kann hier nicht. Es wäre ja wundertoll, wenn wir jetzt hier so... rüber gehen könnten. So. Aber das können wir nicht. Das ist doof, oder? Oder? Da kommen wir auch nicht dran vorbei. Freunde, ich brauche eure Hilfe. Gebt mir einen Tipp. Sagt mir, wo ich lang muss. Und ich gehe lang. Wir können natürlich auch nochmal versuchen, ob wir hier weiterkommen. Das ist ja eigentlich der Tunnel. Da ist doch die Metro. Alles andere macht doch überhaupt keinen Sinn. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. So. Nächster Versuch. Also dieses Teil haben wir in Bewegung versetzt. Das war unser Ziel. Das sind alles Türen, die wir nicht öffnen können. Und dass wir das Rohr da unten nicht geöffnet haben. Oder was auch immer. So. Jetzt gucken wir uns hier nochmal um. Da ist nichts. Ich gehe nochmal hier unten rein. Es war keine rote Tür mehr. Das war mit der Tür. Die war auch zu, ne? Ja. Ja. Da waren die Heinzelmännchen. Oder die drei Dingensbums. So. Da haben wir. Oh. Und die Tür geht nicht auf. Jetzt ist die Frage. Können wir hier irgendwas machen? Mal eben gucken. Vielleicht bewegt sich ja jetzt das andere Ding auch. Was ich persönlich aber nicht glaube. Erzählt mir einen vom Tunnel. Das kann sich ja nicht bewegen. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Was wir jetzt hier machen müssen. Den Rohren folgen. Ja. Schön. Hier geht ein Rohr raus. Das haben wir aufgemacht. Das heißt, hier fließt irgendwo Wasser weg. Hm. Ich habe keine Ahnung. Wartet mal. Hier war doch auch noch ein Tor. Das können wir hier nicht öffnen. Da kommen wir nicht hin. Aber wartet mal. Hier war noch eine Tür. Zur linken. Hier. Auch die können wir nicht aufmachen. Toll. Tolle Wurst, oder? Was war denn hier nochmal? Der Kohlenkeller. Moment. Hier war doch... Irgendwas war doch hier. Auch wieder dieses ganze... Gedönse. Genau. Backoffice. Aber hier bringt es uns auch nicht weiter. Hier waren nur die Einträge. Telefon. Und das war's. Können wir rausgucken und sehen, wie sich das Ding dreht. Und das war's. Meine gute Freunde. Ihr müsst mir helfen. Ich bin jetzt hier gerade mal wieder überfordert. Ach nee. Aber wir haben ja jetzt erstmal... Ne, da ist ja auch nix. Guckt. Gar nix ist da unten. Nix. 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 Irgendwann mit dem Office war da gerade. Aber wir sind durch alle Türen durch. Wir haben alles geöffnet, was wir öffnen konnten. Wir waren überall drin. In jedem Raum. So, im Labor. Jetzt können wir nochmal gucken, ob es hier vom Labor nochmal irgendwas gab, wo wir rein konnten. Was war hier? Hier, warte mal. Moment. Stopp. Ach nee, die war broken. Gut. Da war dieser Mushroom-Raum. Den konnten wir nicht betreten. Im Labor selber. Da gab's zwar einen Raum hier. Das war aber auch nur eine klitzekleine Toilette. Hier war nichts so weiter. Toll. Ah! Moment! Stopp! Irgendwo konnte man noch eine Wasserprobe nehmen. Die Frage ist, wo war das? Haha. Oh, wo war das mit der Wasserprobe, Freunde? Ja. Haha. Haha. Ich habe keine Ahnung. Hier ist eine zugemauerte Tür. Ne, Freunde, wir machen Schluss für heute. Ich habe keine Ahnung. Bis dahin. Ciao!